Was ist heute Nacht nur los? Ja, trinke einen Schluck und sehe Nachrichten. Plötzlich fliege ich mir nichts, dir nichts raus aus dem Laden. Was soll das? Puh, meine Güte, bin ich angeschlagen. Es geht doch nicht über selbstgemachte Cocktails. Aber die setzen einem ganz schön zu. Okay. Ich will nur Aerith und Cloud und vielleicht Tifa und Jessie. Der Rest ist mir egal. Ja, Hälfte, ne? Okay, rein da. Papa! Marlene, willst du nicht etwas zu Cloud sagen? Woher weiß sie, wer wir sind? Willkommen zu Hause, Cloud. Scheint ja, als wäre alles gut gegangen. Hast du mit Barret gekämpft? Habe ich. Ich hätte es wissen müssen. Er kommandiert immer alle herum und du warst von jeher eine Kämpfer-Natur. Ich habe mir Sorgen gemacht. Tifa! Ich bin so froh, dass keinem etwas zugestoßen ist. Tut mir leid, Cloud. Marlene ist wohl etwas schüchtern. Ah, es geht doch nichts über den ersten Schluck nach einem Einsatz. Trink doch auch einen. Nein. Ja, warum nicht? Voll ja. Hä? So ist's recht. Auch wenn du Soldier warst, hier bist du trotzdem ein Neuling. Tu also, wenn ich dir... Was? Tu also, wenn ich dir etwas sage... Tu's also. Tu's also, wenn ich dir etwas sage. Na? Na? Ach, Cloud. Tifa ist meine Meisterköchin. Egal, ich will dir was sagen. Worum geht's? Interessiert mich nicht. Ah, vergiss es. Warte. Tifa lässt mich immer probieren, wenn sie kocht. Und darum bin ich jetzt kugelrund. Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll, aber der Laden ist berühmt für... Hallo, Demon. Aber der Laden ist berühmt für sein gutes Essen. Und für seine Getränke erst recht. Tag, G-Man. Wie geht's? Frage... Bitte schön. Vorsicht. Ich bin ja nicht aufgeregt. Warum nur? Oh Gott, die Steuerung ist aber... Ist aber so ein bisschen... Frage dich. Okay, eine halbe Stunde später kommt Papa auf Kommunikation. Papa, willkommen daheim. Oh, ich kann nicht klagen. Alles okay, Barrett? Bestens. Komm runter, ihr Spinner. Die Konferenz fängt an. Oh, diese quietsche Musik. Ist das 8-Bit-Mucke oder schon 16? Ich glaube, das ist 16-Bit-Mucke. Giddy ist 16-Bit. Ich glaube nicht, dass ich hier Darts spielen kann, oder? Setz dich. Wie sieht's aus? Möchtest du etwas trinken? Ich brauche was Hartes. Einen Moment, ich mach dir einen. Weißt du, ich bin froh, dass du heil zurück bist. Was ist denn auf einmal mit dir los? Das war kein besonders schwerer Auftrag. Kann schon sein. Du warst ja Soldier. Etwas Hartes. Ein Glas war mir nicht. Aber mit Honig. Mit Honig. Vergiss nicht, deinen Lohns bei Barrett abzuholen. Mach dir keine Gedanken. Sobald ich das Geld habe, bin ich hier weg. Genau, mit Honig. Cloud, geht's dir wirklich gut? Klar. Warum? Einfach so. Du siehst sehr müde aus. Das ist alles. Geht so, ne? Und das konnten wir im Remake nicht machen. Wir sind nicht da nach unten gekommen. Ups. Hey, schaut mal, was die Nachrichten bringen. Eine Riesenexplosion. Glaubst du, das ist alles wegen meiner Bombe? Ich hab's ganz genau so gemacht, wie es der Computer gesagt hat. Oh nein, ich muss mich irgendwo verrechnet haben. Bin ich zu verkrampft? Ja. Ziel der nächsten Mission ist es, den Reaktor in Sektor 5 hochzujagen. Cloud, du bist so cool. Bist du nie aufgeregt? Oder bist du sozusagen unempfänglich für alle Gefühle? Nein, das kann's nicht sein. Wir sind ein gefühlloses Arschloch. Du Cloud... Entschuldigung. Du Cloud! Ich muss mich... Ich muss dich was fragen. Ja, dann mach doch. Waren bei denen, die heute gegen uns gekämpft haben, Soldier dabei? Nein. Nein. Da bin ich mir ganz sicher. Das hört sich aber sehr sicher an. Mhm. Wäre ein Soldier dabei gewesen, würdest du jetzt nicht hier vor mir stehen. Glaub... Glaub nicht, dass du eine ganz große Nummer bist. Bloß weil du Soldier warst. Hm. Boah! Hat dir das... ...den aus dem Bild gekickt? Oh ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind alle Soldier stark. Aber vergiss nicht, dass du jetzt für Avalanche arbeitest. Will dir bloß nicht ein, du könntest dich immer noch an Shinra klammern. An Shinra klammern? Du hast mich was gefragt und ich hab dir eine Antwort gegeben. Das ist alles. Ich geh nach oben. Wir reden über das Geld. Egal. Selbst gemacht. Burger, Eistee und Schnieke. Wie kann's besser werden? Äh... Eis. Zum Nachtisch. Papa, du bist so toll! Mist. Das viele Geld. Warte, Cloud. Tifa, lass ihn gehen. Sieht so aus, als würde er Shinra immer noch vermissen. Schluss jetzt. Mir liegt weder was an Shinra noch an Soldier. Aber versteh mich nicht falsch. Avalanche und der Planet sind mir genauso egal. Bitte bring die Angelegenheiten mit allen in Ordnung. Geld. Meine Güte muss eine Menge sein. Klar. Klar. Ach, was soll's. Es war sowieso eine mündliche Abmachung. Lass mich hier mal rechnen. Huch, Cloud. Hast du mitbekommen, was ich gesagt hab? Mist, das viele Geld. Er ist ein bisschen böse, kann das sein? Cloud, du sagst, es ist dir egal, aber du bist zu mir gekommen, um mit mir zu reden. Cloud, du brauchst Freunde. Stimmt's? Lass mich. Haben wir im Keller? Easy. Ja dann. Perfekter Abend. Lass mich. So, nee. Nee, das find ich jetzt aber nicht in Ordnung hier. Ich will meine Kohle sehen. Ungefähr so. Lass mich. Na gut. Wenn ich dich so ansehe, würde ich sagen, du bist einsam. Was machst du denn? Das riecht aber nicht mit nichts. Dann ist es was mit viel Käse. Hä? Hä? Ah, der stinke Käse. Ah, jetzt riecht das hier. Puh. Na gut. Wenn ich dich so ansehe, würde ich sagen, du bist einsam. Wenn du mal was auf dem Herzen hast, kannst du jederzeit mit mir darüber reden. Rippern, Cloud, ja. Hallo, Ray. Wie lautet die Frage des Tages? Was macht meinen Stream einzigartig? Cloud? Es ist mir wirklich egal. Du bist furchtbar total kaltblütig. Richtig, lass mich. Er dringt tiefer in die Materie. Ja, ja. Hör zu, Cloud. Ich möchte dich um etwas bitten. Mach bei uns mit. Tut mir leid, Tifa. Der Planet stirbt. Er stirbt langsam, aber sicher. Wir müssen etwas unternehmen. Sollen Barrett und seine Kumpel doch was dagegen unternehmen. Ich hab damit nichts am Hut. So. Du gehst also wirklich? Du gehst hier einfach so weg und lässt deine alte Freundin sitzen? Was? Was? Wie kannst du das sagen? Du und deine... Oh. Und der Hausmeister mit seinem geheimen Aussehen. Kennst du den Clip vom Hausmeister? Kennst du ihn? Ich würde dir sagen, kann einer mal kurz den Clip raussuchen? Nein? Warte. Es gibt einen Clip von ihm. Es gibt einen Clip vom Hausmeister. Wo man ihn sieht. Nein! Es gibt einen Clip von ihm. Die, 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 die. Die, 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 die. Wie? Es gibt ihn wirklich... Er ist nicht nur eine Stimme? Richtig. Warte. Der ist sogar... Die, 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 die. The Secret Hausmeister. Hier. Der Nachbar bei Tooltime. Genau. Der Nachbar bei Tooltime. Das ist er. Da. Da sieht man ihn. Da gibt es einen Clip. Es gibt ihn wirklich. So viel dazu. So. Wie kannst du das sagen? Du hast auch das Versprechen vergessen. Ich spare auf 500k. Ich will das Valo-Symbol als Emote. Ja, dann spar mal. Versprechen? Also hast du's vergessen. Erinnere dich, Cloud. Es war vor sieben Jahren. Mh... Lies mal meine vorletzte Nachricht. Ach ja, tiefer und tiefer Witze. Mhm. Da gibt's auch eine lustige Geschichte. Die kann ich irgendwann mal erzählen. Ich dachte mir schon immer, dass der Hausmeister eine blaue Säule ist. Ich wusste es, Ray. Okay. Irgendwann habe ich das mal geleakt und dann war er auf einmal da. Der Wasserturm. Erinnerst du dich? Ja, damals. Also, Niklas. Es begab sich zu einer Zeit, da war ich auf einer Convention mit Freunden. Und es gab eine etwa so große Tieferstatue. Die konnte man da kaufen. Und ein Freund von mir meinte, er würde sich die gerne mal angucken. Die Statue da. Ich zitiere. Äh, kann ich die Statue da mal sehen? Ja, welche? Ja, die... Die da hinten. Die tiefer. Die? Nein, tiefer. Die? Nein, tiefer. Die? Nein, die tiefer Statue. So ungefähr. Vorm Standesamt. Nun sind sie Säule und Frau. Sie dürfen die Braut nun küssen. Ja, ungefähr so lief es. Ungefähr so. Ja, damals. Ich dachte, Tiefer würde nie kommen und mir wurde etwas kalt. Oh, Klein Cloud. Oh. Sorry. Habe ich die noch nie erzählt? Mensch, Lara, Wortwahl. Ha? Ich hatte den Verkäufer nicht gefragt. Das war ein Kumpel. Du sagtest, du wolltest über etwas reden. Wenn es Frühling wird, gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Ich dachte, Tiefer würde niemals kommen und mir wurde kein... Das stand da. Das stand da. Genau da. Da wurde er schrubbelig. So kalt wurde es. So kalt. Ahem. Alle Jungen verlassen die Stadt. Ich muss lesbisch werden. Entschuldigung. Aber ich bin anders. Ich werde mir nicht einfach nur einen Job suchen. Oh, da hat er lange Haare. Ich möchte Soldier werden. Ich werde der Beste sein. Genau wie Sephiroth. Sephiroth? Der große Sephiroth? Sephiroth. Der große Sephiroth? Was macht er da hinten? Ist es so schwer, Soldier zu werden? Ich werde wahrscheinlich eine Weile nicht hierher zurückkommen. War das jetzt ein Lachen oder was? Hm? Wenn du gut bist, kommst du in die Zeitung. Hm. Ich werde es versuchen. Hey. Warum geben wir uns nicht ein Versprechen? Ja, ja, Tifa und Barret. Es muss einfach so sein. Es geht nicht anders. Tifa und Barret. Wenn du berühmt wirst und ich in der Patsche sitze, kommst du und rettest mich, okay? Was? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, kommt mein Held und rettet mich. Das möchte ich wenigstens einmal erleben. Was? Bitte? Komm schon, versprich es mir. Ach, Schmerret, Barret, der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ey! Nichts gegen Barret. Nichts gegen Barret. Wait. Emoji? Mist, geht hier nicht. Verdammt. Kann einer mal bitte das Barret-Emote posten? Bitte? Alles gegen Barret. Nein! Na gut, ich verspreche es. Nee, das ist was. Das ist doch nicht Barret, das ist was. Hallo. Das ist ein BTTV-Emote. Jetzt weißt du es wieder, stimmt's? Unser Versprechen. Ich bin kein Held. Und ich bin nicht berühmt. Ich kann das Versprechen nicht halten. Aber dein Kindheitstraum ist doch wahr geworden. Du bist Soldier geworden. Also musst du auch dein Versprechen halten. Er klettert einfach. Er fährt nicht mit dem Fahrstuhl. Warte mal kurz, du super toller Soldier. Versprochen ist versprochen. Hier. Geld von Barret erhalten. 1.500 Gil. Das ist mein Anteil. Soll das ein Witz sein? Wie? Du wirst also... Die nächste Mission ist also unter Dach und Fach. Für 3.000 mache ich's. Wie? Schon gut, schon gut. Wir brauchen ganz dringend Unterstützung, richtig? Also, das Geld ist für Marlenes Ausbildung gedacht.